Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo und zwar die nächste Schaufel von The Escapists startet bald in die nächste Runde und das bedeutet für euch, ihr könnt euch wieder mal bewerben um einen Platz als Insasse oder als Werder. Hier seht ihr übrigens gerade einen Bildschirm, da könnt ihr direkt live mitzählen, wie viele Insassen wir haben und wie viele Wärter wir haben, wir haben insgesamt 15 Insassen und 10 Wärter zur Verfügung, wenn ihr entweder Wärter oder Insasse werden wollt, schreibt einfach unten in die Kommentare eure Namen, den ihr gerne dabei haben möchtet und welchen Job ihr gerne haben möchtet, Job in Anführungszeichen. Wollt ihr lieber Insasse sein, die Leute, die mir helfen, mich manchmal verprügeln oder wollt ihr lieber Wächter sein, die mir manchmal helfen und mich manchmal verprügeln. Das liegt bei euch, ihr könnt euch nur einen Job aussuchen und das Ganze wird ausgelost am Samstag. 18 Uhr ist Ende mit Bewerben, quasi Einsendeschluss ist 18 Uhr am Samstag. Dann werden wir direkt im Livestream ab 18 Uhr auslosen, wer dabei sein wird. Das Video wird dann am Sonntag um 12 Uhr erscheinen, falls ihr nicht im Stream dabei sein könnt. Falls ihr nicht warten könnt, kommt einfach kurz in den Stream, guckt, wer alles dabei ist und wenn ihr dabei seid, dann freut euch. Ja, nochmal kurz gefasst, Bewerbung unten in die Kommentare, einfach nur was ihr werden wollt, eure Namen und das war's. Wer The Escapists nicht kennt oder die Staffeln alle noch nicht gesehen hat, unten in der Beschreibung sind auch alle Staffeln verlinkt für euch, sodass ihr euch bis Samstag quasi mit Wissen wappnen könnt für das Let's Play und mir beim Ausbrechen helfen könnt. Ich freue mich drauf, mit euch wieder mal auszubrechen. Wann das Ganze startet, kann ich euch noch nicht sagen, sonst würde ich euch spoilern, wann The Last of Us endet, aber es ist in Kürze. Gut, wir sehen uns dann am Samstag in der Auslosung, ansonsten in den nächsten Tagen sogar in den anderen Let's Plays, wenn ihr diese verfolgt oder wenn ihr halt nur bis zu The Escapists wartet, dann sehen wir uns halt am Samstag. Gut, haut rein Freunde, euer Zero. Tschüss.